Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Stadtmitte. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 25 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 780 Euro pro Monat. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.